Herzlich Willkommen hier auf dem Teil 4 von der Wanda und ja wir sind jetzt zu Ende und das habe ich jetzt beschlossen war das letzte Video für dieses Jahr. Ich werde vielleicht noch ein Video machen zu den Feuerwerkbestellungen und so, das kann ich mir nicht ganz genau sagen und ja auf jeden Fall Lucas ist ein bisschen frustrierend oder so, weil er halt eben sehr kalt ist und sehr kalt ist. Ja das ist der, der ist ein bisschen sauer wegen der Zelt, aber da wird er nicht gut gehen. Ja, war echt viel passiert, wir haben ja, ich war ja in Rutschene in Südtirol auf dem Klausberg, dann habe ich noch ein Ausrüstungsvideo gemacht und ganz viele. Ich weiß nicht mal was ich alles gemacht habe, weil es sind so ein paar Sichtpunkte, die ich noch auswendig kenne und wir wollen ja auch demnächst auf ein größeres Reichweite bekommen. Also ich muss eine größere Reichweite bekommen in den Videos, also die Wildqualität und ja, das war schön, dass ihr eingeschaltet habt und manche Abonnentenblicken war ja für uns auch ein bisschen viel schon mal zu dieses Jahr. Und dann schalte ich jetzt ab und dann sehen wir uns spätestens wieder, wenn ich Silvester-Gelager gekauft habe, das heißt, ca. 29. macht viel Prospekte auf und ne, sogar eine Woche vorher, dann kann man um 29. die Welt jetzt kaufen. Dann sehen wir uns da wieder, dann sag ich mal Tschüss und falls ich kein Video drehen sollte, das gute Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiedersehen und wir sehen uns dann am Silvester und noch vor Silvester-Einkauf. So, Jungs, im Silvester-Einkauf. Tschüss, macht's gut.